Wir freuen uns, dass du weiter angeschaut hast, dass wir von dir gerne eine Geschichte mit dir mitteilen können und wir danken Gott dafür, dass du heute uns ein Feinheit weitergibst. Schau, wie es schmeckt, dass ich hier drüben ist. Nun kann ich endlich mal drüben stehen und nicht unten im Keller sitzen und in der Kamera sitzen. Das ist eine Art für die Brüte. Ich habe hier viel Fehl und ich piepere hier alle wieder rum und dann bekomme ich mich hier und ich stelle auch, von wem ich hier rede. Es ist bloß euer Schmuck. Gott hat uns einen sehr feinen Tag gegeben hier in Kanada von dir und wir freuen uns, dass wir gerne einmal Ferien stehen können und ein bisschen mitteilen. Es ist auch so fein zu hören, dass ihr in deiner Kirche auch deine Missionsarbeit macht. Ich weiß nicht, wie viel Missionsarbeit ihr tun, aber ich muss ihnen anspannen, weil die nicht viel von Missionshüllen. Ich möchte ihnen bloß sagen, dass alle, alle diejenigen, die Jesus nur folgen, da sind alles Missionshüllen. Wir schaffen bloß nicht alle selbst in Weich, aber du bist auch ein Missionshüllen. Das ist für die Jesusarbeit. Gleich in den Worten des, du und ich sind ein Team, das waren die einsteigen Ballspieler, da sind ein Team, das ist eigentlich ein anderer, der sich taubstuhnt. Du und ich dann ans Taubstuhnt, wie die Taubte so arbeiten, nicht so? Wenn ich mit der Geschichte anfange, möchte ich Ihnen einmal früher den restlichen Röden-Knöp da anklicken, dass ich dann auf unseren YouTube-Channel schreibe. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das teilt, so dass wir gerne einmal unsere Videos mitteilen können, dass ihr gerne mit anderen Menschen mitteilen und dass viele Menschen das nicht kennen. Wenn ihr die Videos wieder schreibt, dann hält man es für mehr Menschen ein Rätchen. Wir können bloß diese Arbeit tun. Jemand möchte die andere Arbeit tun, die Videos wieder schreibt. Das habe ich gelegt. Wir freuen uns auch, dass Gott uns die Weisheit geeft, unsere Zeit so zu brauchen, dass wir ein Sehen sind für andere Menschen. Und wenn wir reisen, in meine Frühen, wir haben so viele schöne Städte geschehen und viele interessante Menschen angetroffen. Wir haben ein Missionor, das wir angetroffen haben in Australien, und das habe ich gleich in New Zealand wieder. Dieser Mensch kann selbst in Spröcke reden. Er ist von Indien. Er ist Missionor. Und heute hat er seine Arbeit für den Hahn. Selbst in Spröcke kommt er. In Indien, das Land Indien, hat etwa eine Milliarde Menschen. Eine Milliarde Menschen, das sind eine kleine Menschen. Kanada hat etwa 35 Millionen Menschen. In Indien hat etwa eine Milliarde Menschen. Und so viele von die Menschen kann Jesus nicht als ihren persönlichen Heiland. Und nun muss ich euch sagen, die Menschen laufen immer vor zu unseren Plotten. Nun wollen wir eine große Rede. Nun wollen wir ein bisschen püchen, was wir da haben. Könnt ihr mal sagen, mein lieber Tochter. Ich möchte diese Sache sagen, nicht um mich zu püchen, aber um euch zu sagen, dass Gott die große Sache in dieser Welt hat. Das hat viele Menschen gebrochen, als ein Zeugnis in dieser Welt, das Evangelium wiederzubringen. Wir sind alle verantwortlich dafür. Dieser Mensch, der das erste Spröcke redet, hat auch eine Radio zu sehen. Und deswegen würde ich euch sagen, ich will hier nicht püchen. Aber wir haben über 200 Konzerte in Neuzeeland, in Australien. Und wir würden einmal Geld sammeln, für diese Radio zu sehen. Und die ganz höchste Radio zu sehen in der Welt, als von der in Australien. Von Australien wird das Evangelium uitgestrolt, nach Indien. Auch nach China. Nach all die Länder. Das hat ihnen die Leier vertelt. Da sind so viele Menschen, so viele Menschen, die haben noch niemals von Jesus gehört. Der Radio zu sehen, der nicht bloß das Evangelium, der Menschen, die in Australien. Der wird das sagen, wie sie sich die Hänge waschen zahlen, wie sie sich die Täneputzen zahlen, wie sie sich Kleider merken, wie sie sich Bäschen spüren, wie sie sich auf die Fläche pflanzen, wie sie sich auf die Fläche pflanzen, wie sie sich auf die Ete planten. All das wird über diese Radio zu sehen und ausgestrahlt, in sehr viele verschiedene Spröken, weil wir diese Geld sammeln für diese Mission, für diese Radio zu sehen. Das ist nicht bloß das Evangelium. Das ist das Wichtigste. Aber es sind noch viele andere Sachen, die wir mitnehmen. und da werden sie auch so froh, dass die hier in dem Team sind, hier mit zu arbeiten. Ich möchte hier eine Geschichte von Indien vertellen. Als ich dich gehört, ich kann mich nicht liefern, dass das von der Osten dachten noch so was geif. Das Morgen, als du in Indien bist, von Australien wird das Evangelium ausgestrahlt in Indien, und da ist noch eine Antenne, von der wurde noch wieder ausgestrahlt. Und wenn ich heute die Spröke kann, ich versatze das dann in die Spröke und werde das wieder in Indien ausgestrahlen. Das sind sehr viele arme Menschen in Indien. Nun, wenn ich von arme Menschen rede, dort sind arme Menschen, die haben nicht mehr Schau. Die haben mit kleinen Kleider weggezogen. Das ist vielleicht alles, was sie haben. Die haben knappe Eten. Die wohnen da oben in der Bäume einzuhe. Ein Junge schreibt ein Brief. Ich habe das mal an, ich werde das ein Brief erklären wollen. Die kriegen bei diesen Sender duzenden, duzenden, duzenden Brief. duzenden Brief, duzenden Brief, du wohl die Folge nicht leibet, oder zuworte jeft. Dieses Jungen schreibt ein Brief, hoi seht, ich wohne in Indien, ich wohne deep in eine Bäume, wir hätten noch niemals eine Stadt hier sein, ich hätte noch niemals eine, einen asphaltierten Weiche sein. Wir wohnen in Indien, wir haben eine kleine Häusche, wo wir als größere Familie waren, in eine Bäume. Mein Vater war das ein, Meine Mutter fragte mich einmal, ob ich mit Amthaupten vorgegangen würde, für viele Dinge, nach der nächste Stadt. Und ich sagte zu meinem Paar, oh, ja, ich will in der Stadt sein. Da könnte ich mich entfalten, wenn ich 15 Jahre alt war, als ich das erste Mal in der Stadt sah in meinem Leben. Ich kann mich mit diesem Jungen ein bisschen nehmen, in seiner Geschichte. Er sagte, dann ging mein Paar und ich vorgegangen, für viele Dinge. Und dann, als wir bei dieser Stadt kommen, dann wird eine Stadt, da wird ganz viele Menschen. Da wird ein feiner Weg. Da wird viele Chore. Da wird viele Menschen, die haben viel Geld. Die werden alle weg. Er sagte, da wird ein Mensch, einer, der ging da rum mit einem Klumpen Radios, und der Mensch sagte zu mir, ob ich nicht will ein Radio haben. Er hilft mir ein Radio. Er will mir ein Radio geben. Ich will nicht, ob mein Vater dort sein soll. Ich will nicht, ob mein Vater dort sein soll, dass er mich würde ein Radio geben würde. Als mein Vater wegschickt, dann nehme ich das Radio ein Stopp nicht, hier in der Bäckse. Hier ging mein Paar, und ich war da in ein Haus. Und da wird ein langer Weg. Sie wissen, Sie wissen, da wohnt weit in der Bäckse. Er sagt, als ich dann thuis wäre, dann gehe ich in den Busch nennen, hinge ans Haus, und dann mit dem Radio rütt, dann bekämpft ich mich das, und dann beginne ich an die Radio zu hören. Diese Radios worden noch stets gemerkt. Wie du in dieser Radios sagst, wenn wir das Konzert haben, dann freu wie Menschen, auf der will dieser Radios betonen. Häuser, dann bekämpft ich mich das Radio. Das wird das wahrste Ding, was ich jemals in meinem Leben geschehen habe. Das Radio hat Solar Power von der Sonne, der der Bett sich abfällt. Und du hast bloß einen Sender, dem kannst du entschalten und ausschalten. Und wenn du den entschaltet hast, das ist die Station von Australien, der hörst du von Jesus. Der hörst du, wenn du die Hänge waschen kannst, wenn du kannst auf dem Fleck plähen. All dort. Er sagt, in diesem Brief schrifft da, er schrifft, ich will bloß sagen, danach, wenn meine Familie schloppt hat, dann habe ich im Busch und hörst du die Radio, jede Nacht. Ich will bloß sagen, ich habe nur von dem Jesus gehört, von dem habe ich noch niemand gehört. Ich wusste nicht mal, was Jesus war. Die erklärte das in diesem Radio, was Jesus war und was er getan hat. Dass er auch für meine Zinnen gestorven ist. Nun sehe ich Reut, nun will ich ihm auch annehmen, als mein persönlichen Heiland. Ich will bloß sagen, dass er nicht aufgeben wird, mit der Ausstrahlung. Ich hör die Zinnen, jeden Tag. Ich glaube, dass die Basis in Nordrhein wird, wenn ich hierher kenne, dass so ein Mensch als Staat fragt nach Jesus. Die eigene Radio fragt er nach Jesus und weiß nun auch, dass Gott seine Zinnen vergeben hat. Die Geschichte ist noch etwas eng. Hier fängt es an interessant zu werden. Zwei Monate später kriege ich die Station in einem anderen Bereich. Manche alle desenden von einem anderen Bereich von einem anderen Bereich hat eine reine Adresse. Man kriegt das Junge seine Adresse wie die andere Adresse. Wo wir einen anderen Namen bauen. Und weißt, was in diesem Bereich steht, er sagt, das Bereich, er schreibt, mein Junge, ich, ich fragte mein Junge, ob wir in die Stadt gehen würden. Und als wir dann endlich mal in die Stadt wären, dann wären dort richtige Menschen, die 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 Radios erteilen. Ich wollte nicht, dass mein Junge dort sein soll, dass ich ein Radio nehmen würde. Als mein Junge wegkriegt, dann hätte ich auch eine Stadt, dann könnte er das wechseln. Und dann, nachher ging mein Junge in das Haus. Und als meine Familie schloppt in der Nacht, dann ging ich in den Barschner und verstärkt mein Radio. Und da würde eigentlich jeder so aushören, wenn meine Familie schloppt hat. Weißt du, der Jaff, da hat jeder ein Radio geschreit, wisst ihr, ob er beide nicht, dass er beide ein Radio hat. Einer, der hat vermehrlich Dornbarsch in der Nacht und der andere Dornbarsch in Hörchen und in den selbst zu erzählen. Er sagt, dort nicht abgeben mit den Ausstrahlen für Jesus und den Radio. Ich habe dann niemals einen von Jesus und ich will, auch diesen Jesus nur folgen, wenn sie heute für meine sind gestorben. Es ist doch nicht fein, mein lieber Bruder, lieber Sester. Es ist doch nicht fein, wie Gott arbeitet. Wie kann einer dann sein? In unser Köln Menschen, wie kann er sein, dass die Radio eine sind. Bruder und Sester, weil wir doch mal abwirken, von unserem Schlup. Gott macht uns, dass wir das Evangelium wiederbringen. Wenn sie nicht vorderen, so sehen sie, ich bin hier im Busch vom Radio, wo du und ich als Missionare vielleicht niemals hingehen würden. Dann wählen wir doch sowas in unserer Städte. Nicht so? Bist du mit mir an dort? Bist du mit mir an dem selten Wagen im Himmel? Läufst du Jesus auch? Das ist doch um zu tun, dass die Menschen nicht verloren werden, dass wir das Evangelium bringen wollen. Dann wählen wir zur Kamera um die an zu sparen, nicht bloß religiöse Sachen zu praktisieren. Das wird die Menschen in Indien auch tun. Das geht um Jesus um nichts anderes. Das andere alle Nebenzachen. Jesus ist das Erste. Ich möchte die an zu sparen, wenn wir etwas tun haben. Wenn du Jesus noch nicht kannst als dein persönlichen ist in Haarland. Wenn dieses Junge sich im Radio und dieses Vater sich in Indien bekeert wie uns im Radio aus einer noch mehr Welt von Jesus hören, dann wählen wir doch aufwirken, dann wählen wir doch an vierzellen für Jesus, damit wir die was Gott für uns getan hat. Ich hoffe, dass dieses Video von diesem Junge und dem Vater in Indien, dass das auch die an zu sparen an Jesus zu leben, um zu dienen und zu werden und zu werden. Nicht bloß in ein kalt zetten, ein bandje aufwärmen, sondern das Evangelium die mitzubringen für die Menschen die auf uns wachten. So, nun möchte ich dir ansparen, dass du auch noch auf dem Duinen von ganzem Hort. Dankeschön, dass du hast von Gott einen schönen Tag geben in Gottes Seien. von Gott, von Gott, von Gott, von Gott, von Gott. von Gott, von Gott, von Gott, von Gott.